Dein Hund ist dein treuester Begleiter, dein Familienmitglied, dein Freund? Dann würde ich dir empfehlen, dir Gedanken über die Ernährung deines Hundes zu machen. Wir machen uns im Alltag so viele Gedanken darüber, welches Geschirr, welche Leine, welches Hundebett der Hund benötigt. Aber weißt du, was ihm von innen gut tut? Ich bin Paulina Adamczyk und das ist mein Barsturs für die Dogtisch Academy. Bei uns in unserem Barfkurs erlernst du es, mit den gesamten Komponenten eine aufgewogene Barfmahlzeit zu kompletieren. Denn es ist unglaublich wichtig, die Verhältnisse einzuhalten. Mein Zugang zu dieser Fütterungsmethode ist ganz einfach. Wir machen aus dem Barf keine Religion. Wir gehen Hand in Hand, Schritt für Schritt in diese Fütterungsmethode und erstellen individuelle Barfpläne für deinen Hund, aber vielleicht auch für andere Hunde, die du schon in deiner Zukunft beraten könntest. Ich danke dir für dein Vertrauen und freue mich schon auf die nächste Ausbildung, bei der ich dich begrüßen darf. Ich danke dir für dein Vertrauen.